hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren geräte video wo wir euch wieder ein gerät vorstellen was wir verwenden um zu erklären wie das funktioniert was wir versuchen damit zu erreichen und wie das messprinzip sozusagen funktioniert was ich heute vorstelle ist die ghostbox ja ghostbox ist in der community in der regel sehr negativ angesehen durchaus begründet es kommt darauf an was für eine ghostbox man verwendet wird auch spirit box gerne große unterschied dazwischen gibt es nicht es gibt wohl verbesserungen wie das portal den getaway und verschiedenste andere jeder mission mit anderen modularen arbeiten die sind teilweise schwer heranzubekommen allerdings ist auch nicht gesichert dass sie wirklich gut funktionieren was ist das problem an den ghostboxen das problem ist eigentlich die dienen dazu frequenzen zu modulieren das heißt die gehen radiofrequenzen ab das macht jede ghostbox das ist das grundprinzip ich halte also so wie als wenn wir langsam radio an einem rad drehen durch die verschiedenen frequenzen und man wie man es erwartet empfängt man dann tatsächlich auch radiosender das hat durchaus wirklich auch früher mal so begonnen und jemand saß tatsächlich am radio hat auf einmal komische stimmen gehört das ist natürlich jetzt nicht gesichert ob das wirklich ein geisterstimmen waren piraten sendern in notfunk aber er konnte es nicht zuordnen und das ist das prinzip gewesen es haben dann nur verschiedenste leute bisschen optimiert und das auch die große kritik wie unterscheide ich denn ist das jetzt ein radiosender oder tatsächlich eine geisterstimme das ist natürlich die große frage das ist ein problem ganz einfach und deswegen sage ich kommt es darauf an was für eine ghostbox man verwendet die die wir verwenden habe ich lange nach gesucht dass es eine gibt die es auch wirklich macht hat einen sogenannten woppelfilter nicht weil ich es mit rauschfilter rauschfilter haben die meisten das ist natürlich auch ganz nett weil ein bisschen rauschen unterdrücken wird aber kann natürlich auch gleichzeitig das problem haben das eventuell als rauschen irgendwelche stimmen erkannt werden die man eigentlich gerne aufgenommen hätte ja was ist der woppelfilter der woppelfilter ist relativ genial der kontrolliert eingang und ausgang also welche frequenzen gehen rein welche stimmen anführungszeichen was geht raus und nur wenn das nicht identisch ist macht eine ausgabe das bedeutet wenn wir aus so einer ghostbox ein woppelfilter hat der auch entsprechend investiert ist was hören dann wissen wir ist es definitiv nicht von der frequenze kommen die er in dem moment empfangen hat die theorie dahinter ist dass geister versuchen zu kommunizieren aber und jetzt kann man wieder mit den verschiedenen thesen was ich aber in den theorievideos dann die auch machen möchte weil das ist jetzt zu abstrakt und ohne hilfe mit bildern vorhin etc ist das denke ich schwer verständlich zu machen je nach these also ist es eine seele ist es eine energie ist es irgendein wesen aus der grenzdimension vielleicht ein anderer mensch der in anderen dimensionsbereich lebt das führt jetzt alles ein bisschen weit aber die theorie ist halt dass es für die einfacher ist mit uns zu kommunizieren wenn man ihnen eine frequenz als grundlage bereitstellt die sie modulieren können also sprich wenn ich jetzt nicht versuchen müsste meine energie zu sprechen zu benutzen sondern ich sage mal rauschen hätte und es bloß die energie aufwenden um die höhe und tiefe des rauschens zu verändern dass aus dem rauschen die stimme wird das ist so die grundlegende theorie und ja damit kommen wir eigentlich zu unserer groß box die groß boxen oder zumindest die die guten bomb filter an müssen in der regel justiert werden geeicht werden und das machen wir jetzt mal ad hoc ich komme ein bisschen näher zeige aber erst mal den genauen aufbau so wollen wir erst mal die antenne raus die ist jetzt aus transportgründen natürlich eingepackt wenn man will ist vorne noch ein licht dass die rückseite und eben hier auf der rückseite hoffentlich zumindest sehen kann kann man hier manuell die rauschfilter bearbeiten ich komme ein bisschen näher hier können das auf ein stativ drauf schrauben unten nichts besonderes an der seite kommen wir auch ein bisschen seitlich man kann es also stumm schalten kopfhörer kann man reinstecken damit man besser was hört die andere seite ist halt die grundsteuerungsfunktion was macht man auf fm und fm natürlich macht man normalerweise beides und licht aus oder temperatur kann man also noch mal neu erinnern ob das licht an ist und die temperatur denn zuerst wieder zur frontseite erst mal der untere teil hier unten ist natürlich die ausgabe sieht man annett schon es hat auch eine temperaturmessung die man separat ein und ausschalten kann aber wie ihr seht zeigt ist dann halt nur die abweichung ja was haben wir ansonsten hier vom aufbau zwei kanäle die man gleichzeitig abgehen kann channel 1 channel 2 und hier sieht man kann auch zwischen arm und fm wechseln die suite grade also wie schnell soll er zwischen den verschiedenen frequenzen hin und her springen rückwärts oder vorwärts ich zeige es auf einer seite das ist auf beiden baugleich volume also klar die lautstärke die function taste die brauchen gleich zum justieren da kann man zwischen arm und fm in den kanälen hin und her schalten und natürlich an und aus ihr seht es aus und jetzt fangen wir der justierung an schalte an ihr seht links oben und rechts oben beides ist rot und die hört auch schon das rauschen dass wir erst mal anfangen dass wir uns nur um eine seite kümmern kanal 1 so gehört lautes rauschen deswegen das team ist so bis das rauschen kaum noch hörbar ist das wäre jetzt die ideale einstellung gehört es ist eigentlich nur ab und anrauschen zu hören das heißt wir können sie so einen zweiten kanal der ist auch rot rot das ist in der regel dass wir die anderen kanal haben das ist rotes am blaues fm in der regel so jetzt kommen uns um das fm sozusagen das am haben wir schon justiert gehabt und hier hört ihr noch gar nichts das heißt wir müssen jetzt so lange lauter machen immer ein bisschen warten bis wir auch auf den frequenzbereichen die dadurch gegangen werden etwas hören immer nur langsam machen kann es uns laut werden ich warte noch mal kurz moment ich mache nur eins lauter habt ihr gehört das war ein permanentes rauschen das ist zu viel ok da haben jetzt beide justiert jetzt schalten wir beide aktiv und ihr seht links haben wir am rechts haben wir fm beide springt mit einer frequenz von 50 also speed pro millisekunde durch die verschiedenen kanäle ist jetzt justiert so und jetzt ist die theorie dahinter ich komme zurück die theorie ist jetzt dahinter ich übertreibe mal ich scherz warten radio schräg durch wo die torten in der hand stellt fragen und kriegt hoffentlich antworten die die man rauschen hört ich komme noch mal nähe ist hier jemand so die hört wenn er zu irgendeinem frequenzbereich kommt wo er etwas empfängt dann ist das rauschen zu hören und nur irgendwie eine stimme hören würden wäre das eine bearbeitet wenn wir jetzt so komplett kein bockelfilter haben würden statt dem rauschen und zwar den radiosprecher oder sowas hören so aber genug zum funktionsprinzip denke ich mache es jetzt hier aus dem mutten mit der zeit ist es auch ein bisschen anstrengend wenn ihr die ganze zeit das rauschen hört das habt ihr bestimmt schon auf einigen untersuchen von uns gesehen wir testen ab und an mal bis jetzt wird jetzt nicht von erfolg sprechen aber wir testen natürlich auch die theorie aus was sein könnte und was nicht das ist teil der wissenschaft nicht nur dass man ich sag mal ein system untersucht sondern natürlich auch die geräte die offiziell funktionieren sollen oder die verwendung finden selbst auch auf dem prüfstand mitzustellen unter den entsprechenden aspekten deswegen war die suche auch so lang wir brauchen irgendwas mit einem bockelfilter ansonsten konnten wir radio gar nicht ausschließen haben wir jetzt und deswegen das testen wir vielleicht haben wir aber mal was war wir hatten ja schon im hintergrund ihren dauerhaften sprecher gehabt klang wie ich übertreibe jetzt mal wirklich ein ganz normaler radio center allerdings hat der bockelfilter der nicht rausgehauen und er war auf allen frequenzen spricht theoretisch für eine geistesstimme war aber so adäquat am stück dass ich denke oder dass wir denken dass vielleicht irgendeiner einer von zu fans hat ja auch geschrieben es gibt eine art frequenz die dazu da ist im notfall alle anderen zu unterdrücken und das läuft auf allen frequenzen und ja zu den zeitpunkt hatten wir einen schätzungsweise suchhelikopter über uns gehabt in der nähe vielleicht hat er das tatsächlich gemacht um irgendwas durchzufunken vielleicht haben wir das gehört schwer zu sagen aber so einen richtigen erfolg haben wir bisher zur erstellung dieses videos jetzt mit dem gerät noch nicht publizieren können ja damit sind wir eigentlich auch schon wieder am ende was ihr solltet ihr davon mitnehmen natürlich wie das gerät funktioniert und dass ihr wenn ihr irgendwo ghost oder spiritboxen seht ein bisschen drauf achtet kommt da ständig irgendwas durch also das ist wirklich ein radiosender es gibt auch so genannte simulators nicht nur als apps sondern auch als gerät bei den apps gibt es ein eigenes video dazu habe ich schon gemacht aber da müsste man ein bisschen prüfen ist es jetzt wirklich eine veränderte stimme oder es ist vielleicht wirklich nur was durch ein radio reinkommen könnte das solltet ihr vielleicht am besten mitnehmen so und damit sage ich macht's nicht gut macht's besser ich hoffe euch hat das video gefallen und wir sehen uns hoffentlich bei unseren untersuchungen oder anderen videos wieder und bis dahin tschüss kennt ihr ein ort an dem es spukt oder wo vielleicht sogar euch oder einen euren bekannten irgendwas seltsames passiert ist oder einfach eine location wo ihr meint boah da müsste doch mal jemand hingehen und untersuchungen machen da ist bestimmt was dann schuld euch nicht uns über unsere e mail adresse oder über whatsapp zu kontaktieren wir freuen uns auf eure geschichten und natürlich über die urte die damit in verbindung stehen und wo wir dann vielleicht untersuchen machen können dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutz technischer hinweis wenn ihr nicht wollt dass euer name in dem video oder so als quelle genannt wird bitte einfach ein kleiner hinweis zu uns wir machen uns seine akten notiz und dann passiert das auch nicht eure daten werden für uns streng vertrautig behandelt das bedeutet wir geben nichts raus ohne eure erlaubnis ihr braucht euch also keine sorgen machen ob irgendwas nach außen trinkt was ihr vielleicht gar nicht wollt solange ihr uns sagt dass das nicht nach außen trinken soll bleibt das bei uns intern und unsere akten quasi anonymisiert unter verschluss wir werden das auch nicht raus geben und ja jetzt bleibt mir nur noch zu sagen dass wir uns sehr auf eure ganzen berichte vielleicht sogar fotos oder ton auf jeden fall massiv freuen und wenn wir dann untersuchen machen ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt was und was wir dort nicht finden ja 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 ja